Sie nennen sich Querdenker und kritisieren die Corona-Maßnahmen. Heute gab es eine große Demo mit schnellem Ende in Leipzig. Das ist Thema unter anderem jetzt bei uns in der Sendung. Guten Abend vor allem anderen. Aber das hier, da weint nämlich das Auge des Fachwerk-Fans heute. Und das sind Zehntausende, die jedes Jahr in die Altstadt von Hannover-Schmünden kommen. Dort stehen diese wunderschönen Fachwerkhäuser, die sind bis zu 600 Jahre alt. Und jetzt hat es dort gebrannt. Und was für ein Unglück, tatsächlich schon das zweite Mal in diesem Jahr. Wir wollen noch auf einen anderen Aspekt dieser Zeit schauen. Die, die jetzt nämlich gerade weiter ihren schwierigen Job machen müssen. Und das sind unter anderem Notärzte, die derzeit vor ganz besonderen Herausforderungen stehen. Sie müssen weiter Notfälle aller Art behandeln, ganz klar. Und all das eben unter diesen besonderen Bedingungen. Ja, so geht das heute alles ganz anders. Aber natürlich fragen sich auch Schwangere, ist das Risiko denn höher jetzt schwer, an Covid-19 zu erkranken? Dazu gibt es auch Studien. Mehr dazu auf brisant.de. Und nun sagen wir Bye-Bye Tegel. Berlin verabschiedet sich von seinem alten Flughafen. Mancher ein bisschen wehmütig, aber der Neue ist ja nun fertig. So, und ich stehe hier inzwischen mittendrin im Sturm und viel Wasser. Wir haben nämlich den Mann getroffen, der Greta vor einem Jahr über den Atlantik bis nach Amerika gesegelt hat. Hat ja Riesenschlagzeilen gemacht. Und jetzt steht er wieder vor einem Irrentrip. Und diesmal ist es eine echte Herausforderung, selbst für so einen Segler-Profi. Und er hat uns gezeigt, wie da die Vorbereitungen sind. Und das ist ganz verrückt, was man da alles machen muss. Bis hin zum Sekundenschlaf lernen. Ja, er darf an Bord nämlich nie länger schlafen als eine Stunde. Also kurz mal wegnickern und dann gleich weitermachen. Das ist irre. So, und jetzt macht es die Aktualität nochmal spannend für uns an dieser Stelle. Denn es scheint sich jetzt tatsächlich Entscheidendes zu tun in den USA. Auf jeden Fall überschlagen sich hier gerade die Eilmeldungen bei uns. Die amerikanischen Fernsehsender, die scheinen sich jetzt festzulegen im Rennen um das Weiße Haus. Es heißt, Joe Biden liegt entscheidend vorn. Das wäre dann die Entscheidung, auf die tagelang gewartet wurde, die Donald Trump nicht wahrhaben wollte. Er hat ja die ganze Zeit von Wahlbetrug gesprochen. Es gibt da noch keine Reaktion. Es ist jetzt das, was die amerikanischen Sender gerade vermelden. Und demnach liegt Joe Biden nach den Umfragen und Auszählungen aktuell vorn. Wir gucken mal, ob wir jetzt die Möglichkeit haben, in die USA zu schalten. Wir sind jetzt möglicherweise gleich verbunden mit den Kollegen in Washington. Ich höre gerade von der Regie, das ist noch nicht möglich. Aber sobald das funktioniert, klappt das hier oder sofort dann in der nächsten Tagesschau natürlich. Wir wollten sie auf jeden Fall versorgen mit diesem ersten Ergebnis. Wie gesagt, das ist das, was die US-Fernsehsender jetzt melden dazu. Und demnach liegt Joe Biden vorn. Wir machen erst einmal weiter mit der Prominenz. Da gibt es auch Schönes zu erzählen jetzt hier in der Sendung. Bleiben Sie dran, sobald wir Neuigkeiten haben aus den USA, dann bei uns. Aber erst mal jetzt die Prominenz. Und da starten wir mit einem tollen Schauspieler. Manchmal gibt es die süßesten Unterbrechungen bei Interviews. Erleben wir wirklich so. Eine hatten wir jetzt mit ihm hier, Schauspieler Yannick Schümann. Da kam nämlich im Interview plötzlich ein Geburtstagskind vorbeigedackelt. Diese süße Szene zeigen wir Ihnen. Ansonsten hatten wir ganz viel Spaß, haben viel geredet über Peinlichkeiten im Leben. Zähneputzen auf der Straße macht er manchmal, verrät er gleich warum. Und die besten Momente in Jogginghose. Hier kommt er. Ja, liebe Zuschauer, wir wollten da schnell sein. Das also die Entscheidung aus den USA. Es gibt einen neuen Präsidenten und er heißt Joe Biden. Und es gibt auch eine Promi-Expertin und die wartet brav hier die ganze Zeit neben mir. Denn natürlich wollen wir auch hier noch in der Sendung weitermachen und reden über die Prominenz. Liebe Susanne, das musste jetzt noch kurz dazwischen sein. Das war aufregend und mir eine Ehre. Für uns alle in diesen Zeiten. Wir reden jetzt über Johnny Depp. Der hat ja viele Schlagzeilen gemacht in der letzten Zeit. Diesen Prozess ja verloren. Das ist Punkt Nummer eins. Und nun folgt der erste Verlust einer riesigen Kinorolle. Und Johnny Depp hat das ganz, auf eine ganz eigene Art bekannt gegeben. Nämlich mit einem Post auf Instagram an seine Fans. Das sieht ein bisschen aus wie so ein offizielles Pressestatement. Unterschrieben von ihm auch und richtig mit Datum. Und er schreibt vorgeworfen, seine Frau geschlagen zu haben. Und der Richter, er weiß das als wahr. Er sagt, diese Anklagepunkte stimmen. Und da muss das Filmstudio einfach jetzt auch Konsequenzen ziehen. Das war eine Riesenrolle in so einem Harry Potter. Vervor plant man jetzt ohne ihn. Was heißt das für ihn und seine Zukunft? Das scheint so ziemlich ein Ende zu sein. Und das sah ja noch im Sommer, während der Prozess lief, ganz, ganz anders aus. Es gab da ja Bilder, wie er umringt von Fans waren. Und viele waren auch überzeugt und bei Punkt eins schlecht geworden. Wenn er wirklich so brutal war, wie es da drin steht, dann sollte er wirklich nichts mehr spielen. Und für viele von uns geht ja jetzt auch ein Kinoheld, der uns über viele Jahre begleitet, krachen. Das ist echt schrecklich. Das ist auf jeden Fall bedauerlich. Ein großer Star, den viele sehr, sehr gerne mögen. Aber man kann ja immer wieder noch... Nicht um jeden Preis dann. Zurückkommen. Wer weiß, was da noch kommt. Wir bleiben da hoffnungsfrei. Wir haben ein Bild, das sehr Schlagzeilen macht, von Anna Ermakower. Muss man kurz vielleicht erklären. Das ist die Tochter von Boris Becker. Das Schöne ist, sie sieht im Grunde genommen aus wie er. Ja, doch. Und eine wunderschöne junge weibliche Frau. Da drin präsentiert. Wir haben jetzt noch was fürs Herz, liebe Susanne. Da will ich noch hineilen, einfach, weil uns die Zeit wegsaust. Ich sehe es dir an im Gesicht. Ich will noch darüber reden, weil ich mich freue. Patrick Duffy, wer damals Dallas geguckt hat, der dürfte den kennen. So sieht er inzwischen aus. Erzähl mal, was gibt es für News? Inzwischen ist er 71 Jahre alt und frisch verliebt, um es gleich mal zusammenzupassen. Und das ist doch toll. Aber jetzt hat das Schicksal noch mal zugeschlagen. Er hat früher erzählt, mit der Botschaft, immer an die Liebe glauben. Und ich finde, das ist ein sehr versöhnliches Ende einer sehr aufregenden Sendung. Liebe Susanne, schön, dass du auch noch reingeeilt bist. Liebe Zuschauer, wir sagen Tschüss für heute. Natürlich geht es gleich in der Tagesschau um die Entscheidung in den USA. Wir haben einen neuen Präsidenten. Das jetzt bei den Nachrichten. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen. Bis morgen, 17 Uhr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.